Was macht der denn da? Ist das nicht gefährlich? Aber ich denke, ich mache das Auftragsantat. Einzige, was gerade verfügbar ist. Und danach werde ich vielleicht noch ein paar Boer-Charge-Hörner machen. Weil ich glaube, das waren keine mehr so schweren. Dann laufen wir jetzt einmal über das Kolosseum herum. Yes, ununterbrochen Sprinten beendet. Yes. Wir haben Rabatt beim Anheuern von Dieben bekommen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann nehmen wir mal die Mission an. Beziehungsweise, wir gucken gerade nochmal. Assassinen. Nee, kann man aufrüsten. Aufrüsten. Letzte Stufe 2, yes. Woo! Woo! Mission an. Bitte. Taktische Korrektur. Cesare ließ einer seiner besten Strategen zurück nach Ruhm rufen. Er ist eine wichtige Persönlichkeit. Der ist der Preis, der mit Pferd und Eskorte. Mich deucht, beides sollte kein Problem sein. Die Erinnerungen gehen weniger als zwei Minuten abschließen. Ich versuch's, ich versuch's. Lüber. Lüber. So. Ich mach's einfach mit Assassinen-Rekruten. Sehr schön. Sehr schön. Aber das hat ja sicher geklappt. Dicht nur. Geh weiter. Ihr wollt das Spiel so spielen? Ja. 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 Meine Fresse. Hol Arschbomben, was auch immer. Oh, ich spüre das Böse. Der Fürst der Finstern, es wirft wieder einmal seinen Schatten. Ja, ja. Okay, ähm. Zwei und. Ich fühl mich so gut. Wenn wir wieder die Doppelklinge haben. Aber den kann ich sicherlich machen, oder? Ich versuch's einfach mal. Wenn nicht, dann werde ich mir die beiden Sachen holen. Ja, ich kann's nicht machen. What the fuck? Ganz ruhig. Ah, okay. Die Mission ist gut verlaufen. Hm. Blaluna in green. Ja, der Borja-Turm muss man machen. Da kann ich ja noch nicht hin. Basta, der. Ach, Hilfe, es ist alles so sinnlos irgendwie. Wenn man nicht alles selber machen... Okay, wir müssen irgendwie... Egal, machen wir den halt nicht jetzt. Mein Gott. Das sage ich dir jetzt, mein Freund. Das sage ich dir jetzt. Klettersprunghandschuhe und die Giftpfeile. Machen wir erst mal Klettersprunghandschuhe. Warte hier, ich komme gleich wieder. Damit ist nun nichts mehr außer Reichweite. Oh, bitte noch mal. Was kann ich dir diesmal bringen, Ezio? Ja, die Giftpfeile bitte. Ich muss in meine Werkstatt zurück. Warte hier. Ich hab Zeit. Eigentlich nicht, aber ich hab Zeit. Nur ein kleiner Stich und meine Feinde werden fallen. Danke. 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 Ja. Vielen Dank. Die kann man ja mal benutzen. Boah, der ist schon Level 7, Alter. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Aufträger. Nee, die sind noch zu hart, meine Leute. Hm. Hm. Hm, 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 hm. So, jetzt machen wir die Mission. Den, äh, den Aussichtspunkt kann ich noch nicht machen, da ich, äh, die Türme noch nicht gemacht habe, damit ich das, weil ich das Äquaduct noch nicht fertig habe und das Äquaduct habe ich noch nicht fertig, weil, äh, die Türme noch, äh, da sind. Kann ich noch nicht machen. Kriegspläne, den Templar auf See eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Die sollten an einem Kampf schicken. Wenn ich weiß, wo welche sind. Ausgezeichnet. Oh. Sehschen, Freunde. Danke. Danke, danke, danke. Sehr gut geholfen. Besser konnte die das nicht machen. Dafür danke ich euch sehr herzlich. Okay. Ja, dann machen wir auch direkt hier die Mission. Ich gehe, ich trinke einen Schluck. Dann höre ich aber auch auf. Wir wollen ja nicht übertreiben. Maschinengewehr. Koli Albani. Koli Albani. Überlegende Feuerkraft. Die Leonardas Entwürfe haben eine Maschine hervorgebracht, die 100 Männer in wenigen Sekunden töten können. Sie darf nicht in den Händen der Beutel verbleiben. Volle Synchronisation vor der Zerstörung der Baupläne niemanden töten. Passt gut auf die Waffe auf. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Sollte irgendetwas geschehen. Daher ist immer noch ein Traug. Laufe Sollt. Soll das noch jemult, den Sie in der Starn wired sind, die Maschine zu versichten. Was oder so ein Fischer? Gut Cheerios. So, ich gehe da mal außen rum. Und da wir für 100% keinen töten sollen, versuche ich das jetzt auch einfach mal. Geht der auch mal weg? Nein. Nein. Entdeckt werden sollten wir natürlich nicht Und wir haben natürlich auch getötet Also scheiß drauf So war das auf jeden Fall nicht geplant Hat uns jemand anders gesehen Das war natürlich behindert So sollte das auf jeden Fall nicht sein Passt gut auf die Waffe auf Wir müssen sie in Sicherheit Ja also muss ich das anpassen mit dem Laufweg von dem da oben jetzt werde ich wie gesagt wieder entdeckt dass ja 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 Das war nicht so schlau. So. Du kannst natürlich auch noch andere Wege gehen. Du bist so schlau. 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 Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Du bist so schlau. 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 So, eins an. Hier hoch. Äh, wieso hab ich... Wieso hab ich nur eine Klinge? Wieso hab ich nur eine Klinge? WTF? WTF, komm. Ja, alles ist in Ordnung. Rastet nicht aus. Meine Güte. Immer ausrasten. Nur weil jemand ihre Maschinen zerstören will, ne? Immer rasten wir aus. Geht gar nicht. Okay, was passiert? Er stiehlt die Waffe! Und der Cäsare wird euch umbringen. WTF? Fuuuuck. Yo! Geschafft. Sehr schön. Sehr schön. Schieß ihn nieder! Sehr schön, Junge! WTF? Checkpoint erreicht er. Sehr schön. Schieß ihn nieder! Hm? Hm? Schieß ihn nieder! Schieß ihn nieder! Hey, das kann nicht wahr sein! Ja! Jungs, Jungs, Jungs. Erstmal Medizin. Was machst du denn fair ab, Alter? Raste aus. Also typischer Spruch, Alter. Sehr schön, Jungs, 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 Jungs. Junge, sind die alle dumm, oder was? So töten die... Geht ein! Wenn nicht, werdet ihr alle sterben! Il mondo è migliore! 100%. Yes! So macht man das, meine Freunde! So macht man das! Ich habe das, meine Freunde. Oh! Sorry. Okay. Jetzt kosten uns 2, go.